Okay. Dann mal ab zur Prometheus-Station. Jetzt müssen wir allerdings erst noch die zwei letzten... Mensch, die zwei letzten Datenpakete finden, die hier noch irgendwo liegen sollen. Wir waren hier unten, wir waren da vorne. Und wir waren dort, wo man jetzt links abbiegen kann. Sieht hier auch schön aus. Okay, da waren wir. Da sollen wir hin. Ich sollte jetzt auch ein bisschen die Augen aufhalten. Nicht, damit ich hier aus Versehen weitere von den Viechern hier zusammenholze. Da ist die Hauptstation, die Hermes-Station. Was irgendwie Sinn macht. Hermes war der Götterbote. Dass das auch die Kommunikationsstation ist. Oder die Funkstation. Wer sich auch schon mal gefragt hat, warum das Ding Hermes heißt. Der Paketversand oder was auch. Gibt's den überhaupt noch? Den müsste es noch geben. Hermes, der Götterbote. Obwohl, wir haben doch alle damals, äh, Disneys Herkules gesehen. Wir müssten ja eigentlich wissen, wer Hermes ist, ne? Falls der da überhaupt drinnen vorkam. Ich weiß es nämlich gerade leider nicht mehr. Ja, wo ist das Letzte? Wäre das jetzt so zum Eingang da vorne? Damit man je nachdem, welche Station man zuerst macht, dann sieht, aha, da ist so ein Ding, was man aufsammeln kann. Probier ich mal aus. Weil hier geht's nirgendwo großartig hin. Da waren wir. Da vorne könnte... Ja, wenn man da vorne dann wieder rauskommt. Guck mal, da geht auch sogar eine Rampe hoch. Oder gibt's hier vielleicht sogar mehr als sechs? Nur man muss halt sechs Stück zusammensammeln, um das, was auch immer man hier erfüllen kann, zu erfüllen. Oder... Ne, da vorne ist es. Oder hier geht es gleich zum... Wie heißt es jetzt? Ja, zur letzten Station, zur Atlas-Station. Und das bringt einem jetzt was? Hm, hier ist nix. Da war nix. Da geht's nicht weiter. Das sind nur Steine. Da hab ich grad gedacht, da liegt ne Gäv-Leiche. Da ist auf jeden Fall schon mal ein kaputtes Schiff. Oder ein kaputtes Wrackteil. Viele kaputte Wrackteile. Äh, wir brauchen vier hierfür. Und Brandmoni nehmen wir nicht. Und das lassen wir. Wollen wir überhaupt noch im Level steigen? Nein, wir sind schon Stufe 30. Es bringt also gar nichts mehr. Es geht nämlich nur bis Stufe 30. Ha. Kommander Shepard, Prometheus Station ist ein Krasch-Geth-Ship full of dormant machines used in our experiment. Our people there have gone silent. Es ist sicher, die V.I. hat activated die Defense-Shields to keep you out. Good luck! Hm, ja. Ich gehe davon aus, ich werde mindestens zweimal sterben. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Aber wenigstens bist du langsam. Das kennt man ja aus anderen Bosskämpfen schon. Was? Ach komm. Ich war zu nah am Schild, oder wie? Und das hat mir Schaden gemacht. Hm. Ja, ja, ja. Ja, ja. So, hier bin ich eben draufgegangen, aus welchem Grund auch immer. Ja. 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 Ich weiß zwar nicht, warum ich eben draufgegangen bin, aber... Joa. Ne? Joa. Dann mal rein. Was habe ich eben nochmal gesagt? Ich wechsle die Waffen, wenn ich mich daran erinnere? Ein Kurzzeitgedächtnis ist nicht sonderlich gut. Also, er steht schon unter der Kontrolle von der VI. KI. Moment, war es jetzt eine KI? Müsste eine KI gewesen sein, ne? Und das war dann wieder nur ein Übersetzungsfehler. Tja. Hier haben wir schon mal Munition. Laborausrüstung. Ganze 375 Credits. Na, ist das Stiff... Das Stiff. Mhm. Das Schiff schon instabil? Naja. Er liegt damit ja nicht unbedingt falsch. Hätte ich gerade hier hingucken sollen? Die Tür ist ja gerade... Ach, verdammt. Einfach so zugegangen. Aber ich mag diese Horrorsegmente. Ich bin zwar kein großer Horrorspiel-Fan, aber... So Horrorsegmente in Spielen... Die finde ich immer gerne... Oder die finde ich immer sehr schön. Jetzt konnten wir gerade so ein richtiges Auge sehen. Hehehehe. Okay, wir durften also hier nicht rein. Er hat uns die Türen verschlossen... ...Warum verschließt er dann nicht diese Türen? Schon wieder. Laborausrüstung, nur ein paar Credits und überall Geff, Apothe-Geff. Also doch eine VI, keine KI. Das sieht aus, als ob wir hier gleich kämpfen werden. Das sieht jetzt schon mehr aus wie ein Gesicht, oder? Vorher hat man es ja nur so schemenhaft erkennen können. Aber so sieht das jetzt schon eher aus wie ein richtiges Gesicht. Da war eine Explosion. Da wurden sie hingetrieben und getötet, so wie es aussieht. Ja toll, und dann läuft Radio. Da kommen wir nicht rüber, oder? Kann man springen? Nee. Ach du, äh, ja. Mhm. Plattform wechseln, bewegen. Oh Gott. Das war jetzt nicht wirklich schwer. Ja. Ah, hier sind... Nee. Nee. Ein Toter. Und ansonsten? Hm, Hacken. Hätte ich fast nicht gesehen. Okay. Dann deaktivieren wir das mal. Das war so klar. Ja. So sind wir diese Methode... Ja. Mhm. So simpel das ja diese Methode auch ist, so effektiv ist sie auch. Man muss erst in etwas hinein, ohne Feindberührung, und dann ist es also horrormäßig. Und der Rückweg ist actionmäßig. Ich finde, das ist ein schönes Konzept. Ich mag das. Jetzt gibt dir dieses schöne Sprichwort, besser gut kopiert, als schlecht selbst gemacht. Da wünschte ich mir ein paar Spiele, würden sich das so ein bisschen mehr zu Herzen nehmen. Es ist nicht schlimm, wenn man mal so ein bisschen, ja, bei anderen was abguckt. Und das ist eigentlich auch gut so. Immerhin. Wir hätten heute kaum Shooter ohne damals die Doom und Wolfenstein Spiele. Wenn sich da niemand was abgeguckt hätte, dann hätten wir heute alle unsere modernen Shooter nicht so wie wir sie haben. Denn dadurch entwickelt sich auch immer was weiter. Dann kopiert man vielleicht 90%. Packt das alles in ein neues Szenario und fügt ein paar eigene Sachen hinzu. Und so, ja, Evolution der Videospiele. Okay. 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 Ich meine es manche Entwickler nicht zu verstehen, was man genau, oder was genau ein Spiel gut macht und was nicht. Und da versucht man zu kopieren. Hat aber keine Ahnung, warum es so erfolgreich ist oder so gut. Und kopiert genau das falsche und macht dann ein langweiliges Spiel. Ah, deswegen konnten wir hier nicht zurück. Das geht nämlich auch. Das heißt, sehr gut, besser gut kopiert anstatt, ja, schlecht selbst gemacht. Aber wenn es schlecht kopiert ist, ist es auch doof. Dann ist es nicht nur doof, dann wirkt es auch unoriginell. Was eine große Überraschung ist, ne? Wenn man etwas kopiert, dass es dann nicht originell wird. So, haben wir hier noch irgendwas, das wir mitgehen lassen können? Bis jetzt haben wir ja nur Credits gefunden. Die ein oder andere Forschung, da hätte ich auch nichts gegen. Zum Beispiel mehr Sturmgewehrschaden. Oder mehr Munition. Nehme ich auch gerne mit. Ne, hier waren wir ja eben, ne? Hier sind wir schon rüber gesprungen. Der fange Kreisverstattel wird. Die chainset wird gesprungen. Das wird sicher, wenn die Schome noch in die Richtung. Wir müssen weitergärtig werden, dann sicher. Das ist ja schon so gut. In einer Kommission auf die Begründung ist. Bitte für die Schnellbeorigine, schnell zuyieren. Jeden schenken. Die Schwing-30-60-40-40-40-50-40-50-50-40-50, Die Schwing-20-40-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-45-50-50. Sniper-4-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50. Wieder so ein Artikelwerfer. Hier konnten wir nicht noch irgendwo hin, ne? Obwohl, jetzt vielleicht? Ne, ich kann hier hinterher nicht mehr in Deckung gehen. Hier unten war doch der große GEF-Kommander. Ja, natürlich. Au! Paketenwerfer? Da. So. Der nervt nämlich am meisten. Ach, das ist eine feindliche. Wo ist denn der Commander? Das ist ein Jäger. Wo ist der Commander? Ach, da unten noch. Ist der zu fett zum Raufkommen? Das fände ich nämlich gar nicht schlimm. Da war der so abgelenkt dadurch, dass meine KI-Begleiter noch auf der anderen Seite waren, dass die KI, äh... da nicht so ganz durchgeblickt hat. Okay, noch gucken, ob hier hinten im Raum irgendwas war. Nee. Dann raus hier. Dann raus hier. Ich würde jetzt aber nochmal ganz schnell zurück zur Hermes-Station, gucken, ob da neuer Gesprächsstoff ist. Das war's. Das war's. Das war's. Und jetzt ist das. Das war's. Hält mich hier. Ach, wir kommen gar nicht zurück. War gut. Schade. Aber auch okay. So, wo war das jetzt? Da vorne. Ach, also das, was ich eben schon gesagt habe. Dann hatte ich das sogar noch so ein bisschen im Kopf drin, wo das war. So, und jetzt können wir doch, ja. Ähm, wenn wir jetzt eh nicht mehr machen können, machen wir die Entferno-Granate noch. So, Methock bitte wieder. Und, äh... Gehen wir wieder auf den Artikelstrahler. Und, äh, da. Er ist jetzt schon das dritte Mal, dass seine Übertragung abbricht. Okay. Okay. Die mussten wir gerade noch umgehen. Darf ich da nicht rein? Okay. Das finde ich jetzt komisch. Na gut. Hier funktionieren die Türen nicht so ganz. Und in Länge tourt die Gef. Ja. Ich glaube, er hat es nicht so ganz gemocht. Wenn man sich das Ausmaß der Verwüstung hier anschaut. Auf siebtes Stockwerk beordern. Okay, das ist Resetting. Ach Göttchen. Arriving at Level 2. Das ist plus 2. Oder nur auf 2? Arriving at Level 1. Das ist minus 1. Müsstest du jetzt auf 3 oder auf 2? Okay. Was haben wir noch? Das war jetzt plus 3. Ja gut, mehr brauchen wir im Prinzip auch nicht. Wir setzen das jetzt 1 zurück. Dann sind wir auf 5 und gehen nochmal auf Nummer 2. Dann sind wir... ...auf Level 7. Dann sind wir auf Level 7. Ah. Grab and cover. I'm taking cover. I'm taking cover. ausschalten dann auf 1 was war das jetzt ich habe nicht alles verstanden ich hoffe stand alles noch in den untertiteln sagen wir es mal so darüber kommen wir nicht zurück ja 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 Vielen Dank.